Über das, dass ich glücklich war, wenn mein kleiner Cousin auf die Welt kam und da habe ich mich voll gut gefühlt, weil er noch so süß ausgeschaut hat. Und dass er mich immer so angelächelt hat. Im Sommer hat die Schule so ein Malprojekt gemacht mit der Glückskuh und da hat jeder so ein Bild gemeint, der von seinem Lieblingsplatz ist, vom Glücksplatz. Das war ein solcher Weg im Wald, da war es ganz schön ausgeschaut, irgendwo im Schwammland drinnen. Nicht so anders sein, dass er Freunde kriegt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.